Schönen guten Tag in die Runde. Sven Fegert mein Name. Ich habe heute die große Ehre Ihnen etwas über die Überwachung von Trafostationen und Kabelverteilerschränken in den Netzstationen im Zusammenhang mit LoRa zu erzählen. Wir gehen so ein bisschen auf die, ich sag mal, aktuelle Ausgangslage in der Präsentation ein und die Lösung von Zener insgesamt, wie das Ganze mit LoRa umgesetzt werden kann. Ich möchte mit den Hintergründen einsteigen, beziehungsweise mit der Ausgangslage und werde dann auch in diese technischen Hintergründe auch mal in die Tiefe reinspringen. Für einige ist es vielleicht schon bekannt. Ich meine, als Stadtwerk kennt man, wie das Netz aussieht. Man weiß, wie die Grundlage seines Netzes funktioniert, aber wir möchten für alle die, die in das Thema vielleicht neu einsteigen, nochmal auch den Hintergrund in dem technischen liefern. Wir haben eine aktuelle Lage, das bedeutet so einen Informationskanal, den wir auf den Mittelspannungsebenen, auf den Hochspannungsebenen haben. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit zu sehen, was unsere Netze machen, wie es unseren Netzen geht, einfach gesprochen. Wenn wir jetzt in die Niederspannungsebene hineingehen, haben wir meistens blinde Flecken. Das bedeutet, daraus resultierend, dass, ich sag mal, ein Kapp nach der Mittelspannungsebene ist, sehen wir nicht, was in den Niederspannungsebenen sich so beschäftigt, beziehungsweise was da vorgeht. Das resultiert eine Veränderung. Die kommt woher? Naja, wir kommen aus einer konventionellen Energieerzeugung, aus einer zentralen Energieerzeugung in eine dezentrale Energieerzeugung hinein. Das bedeutet, wir haben viele, viele EEG-Einspeiser, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, E-Mobilität, also viele große Themen, die uns als Netzbetreiber auch oftmals beschäftigen. Und dafür muss eine Lösung gefunden werden, diese Netze zu beobachten, beziehungsweise für diese Lösung, beziehungsweise für die Netze eine Lösung zu finden, wie das in der Zukunft gemonitort werden kann. Wir haben oftmals Störfälle, die können in der aktuellen Lage nur schwer detektiert werden. Das heißt, wenn man draußen im Netz ist, naja, es fällt irgendwo eine Sicherung, es ist irgendwo eine Überlastung, man geht das Ganze dann irgendwie systematisch an, aber man hat nicht genau den Hintergrund, woher das auch herrührt. Also man weiß nicht, woher kommt das Ganze jetzt. Wir haben das Thema der steigenden Anforderungen, Überwachungen, das habe ich gerade erzählt, die Energieverteilung der Stromnetze, auch das verändert sich. Nicht nur in der Niederspannung wird nicht nur abgenommen, sondern es gibt ganz viele Einspeise, die in der Niederspannungsebene sind. Und ein letzter Punkt, das ist für viele, viele mittlerweile ein großes Thema, ist das Thema des digitalen Netzbetriebs oder den allgemeinen Netzbetriebs, der Netzplanung, den Möglichkeiten von morgen. Das heißt, ich gehe hin, habe ein Netz oder eine Netzplanung, ich möchte ein neues Netz ausrollen. Das bedeutet, ich würde ganz normal eine Netzberechnung anstreben, würde dann mir schauen, was habe ich denn für einen Cluster, was habe ich für ein Gebiet, würde das Thema angehen. Ja, aber das Stadtwerk von morgen macht sich Gedanken, naja, wie verhält sich zum Beispiel E-Mobilität in dem Kontext oder wo habe ich vielleicht auch einen großen Anwendungsplan von E-Mobilität, wo habe ich vielleicht auch Einspeiseanlagen, wie wirken die sich auf mein Netz, das ich jetzt zum Beispiel ausbaue oder eventuell auch eine Reinvestition, also im Endeffekt erneuere, wie wirkt sich das aus und wie kann ich das berechnen. Na, das heißt, man könnte Daten sammeln von vergleichbaren Netzclustern, könnte sich diese Daten anschauen und könnte dann Rückschlüsse für zukünftige Netze führen. Und das ist im Endeffekt mit dem digitalen Netzbetrieb gemeint. Ich gehe mal auf den technischen Hintergrund ein, ein einfaches Schema, also Schema, was zeigt, wie unser Grundnetz jetzt erstmal aussieht. Ich fange mal drüben an, also wir haben einfach eine zentrale Erzeugung, das ist jetzt irgendein Kraftwerk, das kann ein Kernkraftwerk sein, das kann Kohle sein oder sonstiges. Wir haben dann eine Hochspannungsebene, die geht dann raus, irgendwann bis zu einem Umspannwerk, meistens irgendwo etwas weiter außerhalb vom Stadtgebiet oder auch zum Teil auch im Inneren der Stadtgebiete. Von diesem Umspannwerk gehen wir dann weiter zu einer Trafostation, das heißt, wir haben dann eine Mittelspannungsebene und wir steigen dann in die Niederspannungsebene ein, das ist die sogenannte Last Mile im Stromnetz dann. Das ist dann das gute Netz, was wir dann auch im Haus im Endeffekt auch kennen. Das sind unsere 230, 400 Volt Ebene. Parallel dazu kommt noch die Straßenbeleuchtung, die im Endeffekt auch auf der gleichen Ebene läuft und das ist so, dass das Stromliniennetz einfach mal dargezeigt und wir haben eine Netzleitstelle, die aktuell meistens halt auf der Umspannwerkseite, zum Teil auch auf der Trafostationsseite einige Werte vielleicht bekommt oder auch nicht bekommt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht so eine Trafostation grundsätzlich aus. Ich zoome mal rein, so sieht es aus. Also es sind jetzt einfach mal zwei Bilder von der Trafostation draußen vor Ort. Was ist das genau? Ich möchte ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben hier einerseits die sogenannte Niederspannungshauptverteilung. Das sind jetzt einfach mal zwei Bilder. Also es ist so eine ältere Verteilung. Da sieht man noch, da sind schon Lamellen davor, also Plastiklamellen, die den, ich sag mal, direkten Berührungsschutz auch geben. Und hier sieht man unten drunter so ein bisschen angedeutet schon eine modernere Niederspannungshauptverteilung, die so mit so direkten Schaltgriffen im Endeffekt versehen ist. Und was man dann hier sieht, hier ist dann ein großer Schalter. Der ist jeweils hier und auch hier in dem Bild schön zu erkennen. Das ist im Endeffekt der Hauptschalter, der dann mit dem Anschluss rüber zur Sekundärseite des Trafos geht. Und den Trafo sehen wir auch auf den zukünftigen oder auf dem nächsten Bild noch mal genauer. Ich möchte aber noch was zeigen. Wo befinden wir uns aktuell? In den meisten Trafostationen sieht es aus, wie wir es hier sehen. Also das ist schon eine modernere Trafostation, ja. Aber was, wenn wir jetzt dieses Thema der Überwachung noch mal reflektieren, naja, wir schauen uns das mal an. Also ihr seht hier diese drei Anzeigen. Das sind Analog-Anzeigen, das sind sogenannte Schleppzeiger. Die zeigen, naja, dem Monteur vor Ort, der die Station alljährlich, alle zwei Jahre oder alle vier Jahre mal befährt, wie hoch war denn der Maximalstrombezug auf der jeweiligen Phase. Das ist so das einzige, was wir so von der Trafostation in dem Moment erstmal so ablesen können. Wir sehen natürlich auch im Fehlerfall, welche Sicherung hat ausgelöst oder welcher Hauptschalter hat ausgelöst. Aber ansonsten haben wir hier nicht so wirklich viele Anzeigen. Das mal als kurzen Hintergrund. Wir haben die zweite Ebene. In der zweiten Ebene haben wir dann zum Beispiel jetzt hier so einen Trafo stehen. Der Trafo ist im Endeffekt die primär- und sekundärseite. Das bedeutet halt die Mittelspannungsebene, die dann runter transformiert wird auf die Niederspannungsseite, also auf der sekundäre Ebene. So sieht sowas aus. Und wir haben dann noch so eine moderne Schaltanlage. Das ist eine Mittelspannungsschaltanlage. So nennt sich das Ganze. Die ist im Endeffekt so aufgebaut, dass wir hier ein Mittelspannungskabel haben. Das geht rein. Dann ist hier ein Schalter. Dann geht es hier rüber und hier geht es wieder weiter raus ins Netz. Das heißt einfach, das ist so ein Ringnetz oder ein Liniennetz, wo das miteinander verbunden ist. Und hier hinten haben wir dann den Trafo angeschlossen. Das bedeutet, hier hinten dran ist dann der Abgang, der hier rüber zu dem Trafo geht. Mal als Hintergrund nochmal. Das ist schon eine modernere Anlage. In dieser moderneren Anlage haben wir schon den Fall, dass wir, ich sag mal, sehr kompakt gebaut haben. Es gibt auch andere Mittelspannungsanlagen, zum Beispiel luftisolierte und nicht so gasisolierte Anlagen. Die sehen anders aus. Die sind von der Baugröße wesentlich größer. Bedingt durch den Schaltabstand. Wie sieht die Lösung jetzt grundsätzlich aus? Die Lösung von morgen für solche Trafostationen von heute oder gestern ist die Möglichkeit zu sagen, man kann eine Zustandsüberwachung machen über sogenannte Universalmessgeräte. Das heißt, man kann eine Sensorik einbauen, die zum Beispiel auf der Niederspannung ganz, ganz viele Werte aufnimmt und diese Werte dann weiterverarbeitet bzw. auch weiter überträgt. Wir können darüber hinaus auch Alarmmeldungen generieren. Alarmmeldungen für netzkritische Schaltelemente. Das bedeutet zum Beispiel ein Kurz- oder ein Erdschluss, der irgendwo stattfindet und eine Netzleitstelle muss in der kurzen Zeit reagieren und daraus resultiert, dass, wenn wir, ich sag mal, keine Warnmeldungen übertragen über irgendeine Netztechnologie, müssten wir uns anschauen bzw. müssten wir den Fehler eingrenzen und das in der manuellen Version. Das zeige ich euch nachher, wie das Ganze stattfindet. Ich gehe noch mal kurz auf das Thema ein. Naja, also das haben wir jetzt gerade gesehen. Hier, so sieht das Ganze aus. Das sind die Schleppzeiger und die Umsetzung bzw. die Lösung wäre jetzt zum Beispiel ein Einsatz von solchen Universalmessgeräten. Ihr seht schon, analog, digital, es ändert sich schon erheblich was. Wie sieht das Ganze technologisch aus? Wir haben ein Universalmessgerät. Das kann verschiedenste Werte im Netz aufnehmen. Das sind zum Beispiel irgendwelche Netzqualitätsdaten oder allgemeine Messdaten, wie zum Beispiel die Stromstärke, die Spannung, die aktuelle Spannung der jeweiligen Phase, der Cosinus Phi. Also viele, viele Dinge, die uns als Netzbetreiber sehr, sehr wichtig sind bzw. sehr, sehr wichtig sind, dahergehend, dass wir eine Zustandsdatenerfassung von unserem aktuellen Netz haben und das in Echtzeit. Das Ganze findet statt. Naja, man setzt so ein Universalmessgerät ein. Dieses Universalmessgerät wird zum Beispiel über eine Modbus Bridge gekoppelt und kann dann die Daten über das LoRaWAN übertragen und nachgelagert über ein 104er-Protokoll auch für zum Beispiel eine Netzleitstelle bereitstellen oder für einen Backoffice-Server, um zum Beispiel dieses Thema digitale Netzplanung von morgen zu realisieren. Jetzt sieht man hier erstmal ein wildes Getüm. Wenn man das so kurz auf sich wirken lässt, ist es erstmal schwer zu verstehen, was da passiert. Ich möchte es aber ein bisschen entzerren. Das hier ist zum Beispiel eine Beispielvisualisierung. Wie kann sowas aussehen, wenn so ein Universalmessgerät mir jetzt erstmal Werte überträgt? In der Gesamtansicht erstmal komplex, aber wenn man sich das Ganze so ein bisschen rauszieht, habe ich jetzt mal als Beispiel mitgebracht. Das ist der vergangene Sonntag bzw. unser heutiger Morgen. Das ist also live ganz aktuell. Wir haben von dem Sonntag heraus jetzt ein Universalmessgerät, das ist in einem Industriegebiet eingebaut. Und man sieht, naja, über den Sonntag hinweg passiert nicht so viel. Aber jetzt hier am frühen Morgen, das ist natürlich eine schöne Veränderung zu sehen. Das bedeutet, die Industriebetriebe, die nicht 24-7 arbeiten, sondern in einem Montags- bis Freitagsbetrieb arbeiten, fahren hier die Anlagen wieder hoch. Und am frühen Morgen haben wir hier eine Steigerung des, was betrachten wir hier, der Stromstärke. Hier oben sieht man das, was wir machen. Also wir schauen uns jetzt hier die Durchschnittswerte an der Stromstärke. Das Gleiche kann man auch mal rüberziehen, auch noch mal auf die Leistung, die verhält sich relativ ähnlich. Auch die hat die gleiche Verhaltenskurve. Und wenn wir uns dann noch mal anschauen, wie so eine Spannung dann im Gegenzug auch aussieht, sehen wir auch hier noch mal die schönen Veränderungen der Spannung über den Tagesverlauf, über den 24-Stunden-Verlauf. Das resultiert daraus, dass verschiedene Netzeinflüsse der Übertragung oder von irgendwelchen Endteilnehmern bzw. Geräten im Endeffekt auch reingestreut werden. Und daher haben wir hier den schönen bzw. relativ typischen Verlauf der Spannung über den Tag. Das zum Thema Universalmessgerät, dem Einsatz des Universalmessgeräts. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben gerade eben schon mal darüber gesprochen, dass wir hier eine Mittelspannungsanlage haben. Und in dieser Mittelspannungsanlage geht es darum, auch zu schauen, wie kann ich netzkritische Fehler schnell und einfach erkennen. Dafür gibt es solche Geräte, die werden hier eingesetzt. Das sind sogenannte Kurz- und Erdschlussanzeige. Diese Kurz- und Erdschlussanzeige werden in vielen neuen Anlagen eingesetzt, sind aber auch in älteren Anlagen, auch selbst in luftisolierten Anlagen schon ein großer Gebrauch. Sind sehr, sehr wichtig. Wofür? Sie geben oder lassen einem einen Fehler eingrenzen. Jetzt ist es aktuell so, dass in alten Anlagen diese Daten oftmals nicht übertragen werden. Das bedeutet, man weiß seitens der Netzleitstelle, wir haben einen Fehler auf folgender Mittelspannungsstrecke und der Monteur fährt jetzt Station für Station peu à peu ab. Wenn ich das Ganze mir in dem technischen Bild mal anschaue, das ist jetzt erstmal vielleicht etwas komplex, aber ich versuche es zu vereinfachen. Wir haben einfach zwei Seiten eines Umspannwerks. Wir haben dann eine Strecke, die Vierecke sind einfach immer nur Netzstationen. Wir haben verschiedene Schalterelemente noch mit dabei und wir haben dann hier so rote Anzeigen. Wenn ich jetzt in der alten Welt denken würde, würde ich es wie folgt machen. Wir würden am Anfang, also an der ersten Einspeisung, an der ersten Station nach dem Umspannwerk mit dem Monteur anfangen hinzufahren. Wir würden schauen, was sagt die Anzeige mir vor Ort? Ist der Fehler eingehend, ausgehend oder ist er da gerade aktuell anstehend? Es gibt zwei Versionen von den Geräten. Einerseits steht der Fehler an, andererseits gibt es auch Kurz- und Erdschlussanzeiger, die auch eine Richtungsanzeige angeben. Das bedeutet, man sieht hier schön den Pfeil und der Pfeil sagt immer, eingehend meiner Station oder ausgehend der Station ist der Fehler. Ja, das Ganze kann man sich mittels der LoRa-Lösung hier schön übertragen lassen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, das direkt live an der Netzleitstelle zu sehen. Bedeutet also, wir haben also den Fehler, der hier ausgelöst wird und wir könnten uns dieses Netzschema direkt auch visualisieren. Heißt also im Umkehrschluss, ich könnte direkt bei Fehler eintritt, sagen, der Fehler steht hier auf der Strecke oder der Fehler steht durch die Anzeige hoch, also eingehend oder ausgehend hier auf der Strecke. Heißt also, wir haben verminderte Reaktionszeiten, schnellere Entstörungszeiten und daraus resultieren für den Netzbetrieb geringere Kosten. Der Nutzen. Ja, die Erkennung und die Vermeidung von Netzausfällen ist das riesige große Thema. Also wir haben im Kontext des Netzbetriebs immer die große Anforderung der Bundesnetzagentur, hier so schnell wie möglich auf Ausfallzeiten zu reagieren. Höhere Ausfallzeiten oder längere Ausfallzeiten bedeuten auch im Umkehrschluss eine gewisse Strafe, die auch auf einen Netzbetreiber zukommen können. Wir können diese Netzausfallkosten reduzieren durch die gerade gezeigte Lösung zu sagen, man hat den direkten Einblick in das Netz und den direkten Ausschlussfaktor, wo der Fehler auch liegt. Wir haben dadurch resultierend auch direkte signifikante Kosteneinsparungen und was wir im Kontext des Universalmessgeräts schon am Anfang schon kurz angesprochen haben, ist die Weiterentwicklung dieser strategischen Netzplanung und der operativen Entscheidungen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch durch die Daten, die ich vor Ort aufnehme, mir Entscheidungen zugrunde legen, wie ich zum Teil auch in meine Netze investiere. Also wo muss ich zum Beispiel einen Netzausbau stattfinden lassen? Das sind Dinge, die ich mit der aktuellen Brille gar nicht so oft sehe, beziehungsweise auch gar nicht so gut erkennen kann. Daraus resultierend, dass ich einfach diese Daten nicht habe. Aus diesen Daten kann man viel anfangen, wie zum Beispiel diese strategischen Planungen oder beziehungsweise auch zukünftigen Netzplanungen herauszuziehen. Zusätzlich zu den Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, können wir noch weitere Themen übertragen, die in der Netzstation unfassbar wichtig sind. Es gibt einfach zwei Punkte oder drei Punkte, die ich mal mitgebracht habe. Das ist zum Beispiel eine Türöffnung. Wir unterhalten uns über netzkritische Elemente. In vielen Stationen in Deutschland ist noch nicht der Fall gegeben, dass wir eine Türöffnung irgendwie realisieren, beziehungsweise auch übertragen bekommen. Das heißt, man könnte also in so eine Trafostation eindringen und es würde niemand merken, dass in die Trafostation eingedrungen ist. Und jede Mittelspannungsanlage mit einem bisschen Fachkenntnis vor Ort könnte dann auch vor Ort relativ schnell mal ausgeschaltet werden. Und dann steht man da. Des Weiteren sind es zum Beispiel Temperaturthemen. Das sind Trafostationen, die sind vielleicht bei einem Industriekunden verbaut oder die sind irgendwo an irgendwelchen signifikanten Punkten, wo zum Beispiel eine Temperatureinwirkung von außen auch hoch ist. Das heißt, daraus resultieren könnte man zum Beispiel feststellen, welche Einwirkungen haben zum Beispiel irgendwelche hohen Temperaturen auf meine Trafostationen, auf meiner Hardware, die da draußen vor Ort sind. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Ausfälle von irgendwelchen Technologien, die genau mit sowas auch übertragen werden könnten. Und das Zweite ist genauso auch mit der Luftfeuchtigkeit zu sehen. Auch da zu messen, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Vielleicht auch resultiert daraus, das zum Beispiel zu sehen, dass ich habe einen gewissen Pegeldruck oder sowas. Das heißt, mir dringt vielleicht Wasser oder sowas auch ein, auch da weitere Sensorik in der Trafostation zu verbauen. Wie sieht die ganze Lösung jetzt von den Geräten, vom Aufbau her nochmal auf? Wenn wir jetzt in der Trafostation sind, hätten wir einerseits die kundenseitigen Geräte. Das bedeutet die Auswahl des Universalmessgeräts, die Auswahl eines Kurz- und Erdschlussanzeigers, die jetzt hier erstmal aufgenommen sind. Wir haben die Möglichkeit, jegliche Kommunikationsschnittstellen, die da in der Regel genutzt werden. Das sind zum Beispiel Modbus, Ethernet oder sonstige Technologien, die wir aufnehmen können. Oder auch einfach nur ganz normale potenzialfreie Kontakte. Die werden dann übertragen an so eine Modbus Bridge oder einfach an den Digital I.O. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese potenzialfreien Kontakte aufzunehmen. Das heißt also, kundenseitiges Gerät wird angeschlossen an Übertragungsmedium. Das heißt, Übertragungsmedium der Schnittstelle oder der Ausgangsschnittstelle dieses Gerätes zur Übertragung des LoRa-Netzes. Und dann gehen wir weiter. Dann kann man ein LoRa-Netz flächendeckend bzw. umkreisregional auch aufbauen. Dafür gibt es dann das Outdoor-Gateway, mobile Testgeräte zur Aufnahme und zum Test der LoRa-Verbindungsqualitäten. Und als letztes dann noch eine Element-Plattform bzw. die Element-Plattform an sich. Einerseits zur Visualisierung, das, was wir gerade gesehen haben für das Universalmessgerät, ist die Visualisierung, wie man das im Element gestalten kann. Darüber hinaus haben wir noch die Möglichkeit, über die Element-Plattform hinaus dann die Schnittstellen zu liefern. Ich habe es schon angesprochen, das IEC 104er-Protokoll ist eines der gängigsten Protokolle im Umgang gerade mit solchen Netzzustandsdaten. Und hier können wir die Übertragung dann auch so stricken. Dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken und schließe somit den ersten Block.